Nummer 3! Das ist eine Falle! Kommt bloß nicht näher! Das fährt dir aber früh ein. Wir können ja schlecht wieder gehen. Wir lassen dich doch nicht einfach im Stich. Jo, und herzlich willkommen beim Let's Play vom Endboss bei Splatoon. Der ist sowas von cool. Den muss man gesehen haben, ja? Ich werde jetzt am Anfang was sagen und dann euch mit dem Gameplay alleine lassen. Ich habe natürlich wieder ein Voice-Over gemacht. Ich habe mich echt auf den Kampf konzentrieren müssen. Ohne Scheiß. Der ist echt schwer, aber saugut. Und es macht echt Spaß, die Herausforderung dann nochmal zu haben beim Endgegner am Schluss. Ja, ich habe an einer Stelle verkackt. Da habe ich ganz kurz gespult, weil da hättet ihr nochmal 5 Minuten warten können. Dann habe ich an einer Stelle einfach nur gehangen. Viel Spaß mit dem Gameplay. Der Endgegner ist einfach Hammer. Hammer. Viel Spaß. Tschüss! Ich habe ein paar Jahre, ich habe ein paar Jahre. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.